Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge unserer Serie vom Schatten zum Licht, live auf www.bibel-prophetie.ch und auf www.johlenmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt natürlich ganz besonders allen Zuschauern in Bern, in der Stadt Bern und im Kanton Bern. Eigentlich sollte diese Serie ja in Bern stattfinden und jetzt sind wir aber aufgrund der Corona-Bedingungen dazu gezwungen, es Livestream durchführen zu müssen, haben dadurch aber die Gelegenheit, viele Menschen zu erreichen in der ganzen Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Wir haben uns sehr gefreut über die rege Beteiligung an den ersten beiden Abenden und über die Fragen. Wir werden gleich einige Fragen noch beantworten. Und zuerst möchte ich noch einmal auf das Buch hinweisen, das Sie alle kostenlos erhalten können. Einige haben schon von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Vom Schatten zum Licht ist eines von drei Büchern, das Sie auf der Seite www.bibel-prophetie.ch kostenlos anfordern können. Das beinhaltet nicht nur Themen, die wir hier in dieser Serie, in dieser Woche behandeln, sondern eine ganze Reihe von anderen interessanten Dingen quer durch die Geschichte und auch mit besonderem Bezug auf unsere Zeit. Nutzen Sie diese Gelegenheit und bestellen Sie dieses Buch, fordern Sie es an und dann wird es Ihnen umgehend zugesandt werden. Wir haben einige Fragen erhalten, die wir auch heute Abend noch einmal kurz hier ansprechen wollen. Übrigens wird es auch wieder die Gelegenheit geben, dann heute im Chat, im Live-Chat auf der Internetseite bzw. auf YouTube Fragen zu stellen. Einige werden wir wieder am Ende des Vortrages beantworten. Zwei Fragen sind gestellt worden, die sehr gut sind. Und zwar heißt es einmal hier, konnte sich Jesus an irgendetwas aus dem Himmel erinnern? Beziehungsweise wie? Wann war er sich bewusst, dass er Gott ist? Eine ausgezeichnete Frage. Eins ist ganz sicher, Jesus wurde Mensch wie wir. Als er geboren worden war, hatte er kein direktes Bewusstsein. Und er ist genauso aufgewachsen als Säugling und Kleinkind wie auch jeder andere Mensch. Wir alle wissen, dass es irgendwann so in einem bestimmten Stadium der frühkindlichen Entwicklung diesen Moment gibt, wo man sich selbst bemerkt, wo man weiß, dass man existiert. Und es hat wahrscheinlich auch für Jesus irgendwo so einen Moment gegeben, dass er sich selbst als Person wahrgenommen hat. Es hat dann sehr viel später einen Moment gegeben, wo er erkannt hat, dass sein Vater tatsächlich der himmlische Vater, Gott selbst ist. Und das lesen wir in Lukas Kapitel 2. Und dort in den Versen, ab den Versen 41 wird berichtet, wie er mit zwölf Jahren zum ersten Mal im Tempel in Jerusalem gewesen ist und dort die Zeremonien beobachtet hat. Wir werden darüber noch ein bisschen in den kommenden Abenden auch sprechen, das ein bisschen noch vertiefen. Und als er dort mit den Rabbis spricht und ihnen sehr intelligente Fragen stellt, da beginnt es in seinem Kopf zu dämmern, dass all die Prophezeiungen des Alten, des Dementes, das ist ja das Thema, was wir heute Abend auch gemeinsam besprechen werden, auf ihn hinweisen. Und in Lukas 2 und dort in Vers 49, da finden wir dann seine Antwort, als seine Mutter Maria und Josef ihn nach längerer Suche wiederfinden im Tempel. Er sagt dort, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Da hat er bemerkt, dass er der Sohn Gottes ist und hat dann seine Mission für sein Leben erkannt. Er hat dann im Laufe seines Lebens immer wieder auch die Gottheit, die in ihm war, benutzt, hat deswegen auch gewusst, wovon er spricht. Er kannte die Liebe des Vaters aus eigener Anschauung. Und dennoch war er gleichzeitig ganz Mensch und hat in den allermeisten Fällen eben auch seine Gottheit nicht benutzt. Und das leitet uns jetzt auch ein bisschen über zur zweiten Frage. Es heißt hier nämlich, schwächte die Tatsache, dass Jesus wusste, dass er sowieso fix wiederauferstehen würde, nicht sein Sterben, beziehungsweise sein Sterben als Liebesakt ab. Also schwächte das nicht ab, wenn er eh nichts zu verlieren hatte. Auch eine sehr gute und durchdachte Frage. Es ist jetzt so, dass Jesus tatsächlich wusste, dass er sterben würde und dass er auch auferstehen würde. Das war ihm bekannt, bevor er auf die Erde kam. Aber wie gesagt, als er auf die Erde kam, war er auch ganz Mensch. Er war hungrig, er war durstig, er war müde. Und als Mensch hat er nicht immer sich entschieden, auf seine Gottheit zurückzugreifen. Es gibt viele Bibelstellen, die deutlich machen, dass er sich ganz dem Vater hingegeben hat und auf ihn vertraute. Nicht aus eigener Kraft sprach und handelte, sondern immer durch die Kraft des Vaters, durch die Kraft, die jedem anderen Menschen auch zur Verfügung steht. Dass Jesus auf die Erde kam und Mensch wurde, war ein echtes Risiko. Denn die Bibel sagt uns in Jakobus 1, dass Gott nicht versucht werden kann. Aber, und so sagt es der Paulus in Hebräer 4, als Jesus Mensch wurde, ist er tatsächlich versuchbar gewesen. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Man kann nachlesen, in Matthäus 4 zum Beispiel, oder Lukas 4, wie der Satan ihn versuchte und wie es eine reale Möglichkeit war, für den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, auch tatsächlich zu sündigen und damit den kompletten Erlösungsplan aufs Spiel zu setzen und auch seine eigene Existenz. Insofern war es ein gigantisches Risiko. Ein Risiko, das wir wahrscheinlich als Menschen gar nicht bis ins Letzte so völlig verstehen können. Und wir wissen auch, dass als Jesus die Sünden der Welt trug, wir werden da am morgigen Abend noch ein bisschen mehr darüber zu sagen haben, dass er als die Sünden der Welt auf ihm lasteten, er gefühlsmäßig von seinem Vater getrennt war. Er konnte die Gegenwart und die Nähe Gottes nicht mehr spüren. Und deswegen sagt uns die Bibel, dass er am Kreuz ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hatte den Eindruck, dass Gott ihn verlassen hatte. In diesem Moment konnte er nicht mehr wirklich sicher sein, zumindestens was seinen Eindruck betraf, was seine Gefühle betraf, was seine Umstände betraf, ob er wirklich auferstehen würde. Er konnte sich nur noch an die nackte Verheißung klammern. Das hat er getan. Dann werden wir morgen mehr darüber sagen. Insofern war es nicht einfach nur ein Schauspiel, was er gemacht hat, sondern ein tatsächlich reales Risiko, dass er für dich und für mich eingegangen ist. Ausgezeichnete Fragen, die ihr gestellt habt und vielleicht wird es auch in diesem heutigen Abend einige Themen geben, einige Dinge, die wir sagen, die dazu führen, dass man vielleicht die eine oder andere Frage hat und dann scheut euch nicht, diese Fragen zu stellen im Live-Chat oder auch per E-Mail. Ihr seht ja auf der Internetseite auch, wo ihr euch dann hinwenden könnt und wir werden versuchen, all diese Fragen zu beantworten. Diejenigen, die wir hier nicht live beantworten, die werden dann später auch schriftlich per Mail oder in anderer Form beantwortet werden. Damit wollen wir jetzt uns dem heutigen Thema zuwenden. Es soll ja gehen um das Thema die Stimme der Propheten, was das Alte Testament über den Messias ankündigte. Und bevor wir beginnen, würde ich gern, wie wir es jetzt schon zur Gewohnheit uns gemacht haben, mit einem Gebet kurz starten. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir auch heute aus deinem Wort etwas lernen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und dass wir in unserem Herzen berührt werden und erkennen, dass dieses Wort auch ganz persönlich für uns gemeint ist und dass wir dadurch Jesus besser kennenlernen können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, wer von uns gerne mal auf Reisen geht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man so machen kann. Manche lieben die Natur, manche lieben vielleicht ferne Länder oder auch berühmte Städte. Im Römischen Reich war es durchaus üblich, auch mal andere Provinzen zu besuchen und überall gab es spektakuläre Dinge zu sehen. Eine der absoluten top Sehenswürdigkeiten im gesamten Römischen Reich befand sich in der Provinz Judäa. In Jerusalem, in der Hauptstadt dieser eigentlich relativ kleinen Provinz, stand ein Gebäude, das die ganze Welt bewunderte. Die Rede ist von dem Tempel in Jerusalem. Aus nah und fern kamen die Touristen, um sich dieses massive und unglaublich wunderschöne Gebäude anzuschauen. Es war unter dem König Herodes dem Großen noch einmal sehr vergrößert worden und veredelt worden und es war der Stolz der ganzen jüdischen Nation. Man war es gewohnt, dass Griechen und Römer und Spanier und Menschen aus Nordafrika kamen, um sich dieses Speck, spektakuläre Bauwerk anzuschauen. Eines Tages kamen ebenfalls wieder Touristen nach Jerusalem. Allerdings, und so machte es sehr schnell die Runde, nicht um den Tempel zu begutachten. Sie kamen auch nicht aus einer der Provinzen des Römischen Reiches, sondern aus dem fernen Osten. Aus der Gegend von Tigris und Euphrat, aus dem alten Kulturland Babylon, kamen intelligente Menschen, sogenannte Weise, Gelehrte, die eine spektakuläre Frage hatten. Eine Botschaft, die, wenn es damals schon in Israel WhatsApp und Instagram gegeben hätte oder Twitter sich viral verbreitet hätte, diese Gelehrten aus dem Osten behaupteten, ein neuer König sei geboren worden. Das heißt hier in Matthäus 2 und dort Vers 2, die sprachen, Wo ist der neu geborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland, das heißt im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Die ganze Stadt ist buchstäblich ausgefreakt. Ein neuer König. Wir haben ja schon am ersten Abend gehört, dass der Name Corona gut bekannt war in Judäa und im ganzen Römischen Reich. Damals nicht als Wort für einen Virus, sondern als lateinisches Wort für die Krone. Und die Krone trugen damals die römischen Cäsaren, die Kaiser. Und es gab gerade im Osten eine Reihe von sogenannten Klientelkönigen, Königen, die von Roms Gnaden herrschen durften. Und unter ihnen war auch der besagte Herodes. Aber Herodes, der Große, war gar kein Israelit, er war gar kein Jude, sondern er kam aus dem Gebiet der ehemaligen Edomiter. Er war ein Edomäer. Und er herrschte nur deswegen dort in Jerusalem, weil die Römer ihn dort eingesetzt hatten und trotz des Widerstandes der Bevölkerung ihn dort aufrecht erhielten. Kein Wunder, dass als in ganz Jerusalem es überall verbreitet wurde, dieses Gerücht, ein König sei geboren worden, dass Herodes sehr, sehr eifersüchtig wurde. Herodes hatte keinerlei Skrupel. Er hatte einige seiner eigenen Söhne umbringen lassen, weil er Angst hatte, dass sie ihm den Thron streitig machen würden. Und so wollte er auch an diesem König ein Exempel statuieren, aber er wusste gar nicht, wo dieser König eigentlich ist. Denn auch die Weisen, die Gelehrten aus dem Osten, hatten nur Hinweise darauf, dass dieser König geboren worden ist. Wo? Das hatten sie keine Ahnung. Und so überlegt sich Herodes, wie man das herausfinden könnte. Und er wusste, dass im Volk schon lange die Erwartung war, dass jemand kommen würde, der diese Corona tragen würde, die Krone, dass ein König sich angekündigt hatte in den alten Schriften. Und so ließ er all die Experten holen, die er kannte, die sogenannten Schriftgelehrten, die sich auskannten mit den alten Zeugnissen der Propheten, den Schriften der Tora und der Propheten. Das, was wir heute das Alte Testament nennen. Und diese Schriftgelehrten kamen und sollten jetzt ihm sagen, wo gemäß der alten Prophezeiungen der König der Israeliten, der König der Juden geboren werden sollte. Wahrscheinlich hatten sie keine große Lust, diesem heidnischen König eine entsprechende Antwort zu geben, aber sie wussten es ganz genau. Denn diese Schriftgelehrten waren wirklich hochkarätige Theologen. Sie kannten das Alte Testament, die kannten den Tanach buchstäblich größtenteils auswendig. Sie wussten sehr genau, was die richtige Antwort auf diese Frage war. Hier ist ihre Antwort. In Micha 5, Vers 2 fanden sie die entsprechende Stelle. Und du, Bethlehem, Ephrathah, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Hier war eine eindeutige Aussage, in Bethlehem sollte der künftige Herrscher über Israel geboren werden, und zwar derjenige, der seit Ewigkeiten existiert. Wir haben ja schon gestern ein bisschen über diesen Jesus gesprochen, der Gott ist und der Mensch geworden ist. Hier waren also Menschen, die die Bibel, die die Prophetie genau kannten und als suchende Menschen aus dem Ausland, die von der Bibel keine Ahnung hatten, wissen wollten, wo ist denn dieser Messias, konnten sie mit präziser Antwort die richtige Wahrheit, die Wahrheit aus der biblischen Prophetie sagen. Es gab nur ein Problem. Diese Schriftgelehrten, die sich so wunderbar auskarten in der Prophetie und die Wahrheit, die Wahrheit für ihre Zeit kannten, gingen nicht nach Bethlehem. Sie wussten die richtige Antwort, aber gingen selbst nicht hin. Wie viele Menschen kennen sich vielleicht heute sogar relativ gut mit der Bibel aus, haben einiges darüber gehört und kennen vielleicht sogar wahre Aussagen der Bibel und glauben, dass diese wahr sind. Aber gehen nie persönlich in ihrem eigenen Leben zu Jesus, um ihn kennenzulernen. Dort lag Jesus in Bethlehem in einer Futterkrippe. Und das erinnert uns an unser Thema gestern. Wir haben gesehen, dass dieser Gott sich äußerst bescheiden offenbart in einem brennenden Dornbusch. Er lag dort in einer Futterkrippe, um zu zeigen, welchen Charakter dieser König haben würde. Die Israeliten, die Schriftgelehrten in Judäa, sie kannten das Wort, aber sie machten keine Verbindung zu einem persönlichen Glauben zu Jesus. Jesus hat diese Idee später aufgegriffen. Er sagt ihnen, als er einmal erwachsen vor ihnen stand, ihr erforscht die Schriften, weil er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, also die Schriften der Propheten, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Jesus sagte hier ganz emphatisch, dass die Schriften des Alten Testamentes, die auch heute von vielen Christen irgendwie als zweitrangig behandelt werden, manchmal regelrecht vernachlässigt werden, dass es diese Schriften des Alten Testamentes sind, die von Jesus zeugen. Und wenn man sie beachtet und wirklich glaubt, dass man dann zu Jesus kommt. Was sagen diese Schriften des Alten Testamentes? Was meinte Jesus, als er sagte, sie sind es, die von mir Zeugnis geben? Und heute Abend können wir nur wie im Vogelflug aus der Vogelperspektive so ein paar Highlights herausgreifen. Die Zeit würde nicht reichen, nicht eine ganze Woche an Vorträgen würde reichen, um all die verschiedenen Hinweise und Prophezeiungen im Alten Testament wirklich darzustellen, die alle auf diesen einen auf Jesus hinweisen würde. Gestern haben wir gesehen, dass schon ganz am Anfang auf den ersten Seiten der Bibel, just in dem Moment, als die Sünde, der Virus der Sünde in die Welt kam, dass dort schon auf den kommenden Messias, auf den Erlöser aufmerksam gemacht wurde. In der ersten Prophezeiung, die nicht irgendwelche Daten und irgendwelche nebensächlichen Fakten zum Inhalt hatte, nein, die um Jesus selbst kreiste. Wir haben ja gestern gelesen, wie Jesus selbst in den Garten kam und vorhersagte, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Seit den ersten Seiten der Bibel ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott uns retten möchte von der Sünde, das Fundament aller Prophetie, aller prophetischen Aussagen. Jahrhunderte später, nach der Sintflut, in einem Land, in dem gerade die Kultur wieder am Aufblühen war, im alten Land der Sumeran, einer ihrer großen Königstädte in Ur, gab es einen Mann, der noch an diese Verheißung glaubte, als die ganze Welt wieder im Götzendienst versank. Und diesen Mann berief Gott aus Ur heraus, um diesen Gedanken der Welt mitzuteilen. Dort in Ur glaubten die Menschen, dass man irgendwie sich Gott nähern könnte, indem man große Türme baute, die sogenannten Ziggurate mit großen Stufentürmen, wo man glaubte, irgendwie dem Himmel näher zu kommen. Das Ganze basierte natürlich auf dem allerersten Versuch, in Babel einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel ging. Und aus dieser Kultur rief Gott den Abraham, oder erst Abraham, später wurde Abraham natürlich genannt, heraus und sagte in 1. Mose 12, Vers 2 und 3, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deine Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Von Anfang an wollte Gott nicht einfach nur ein spezielles Volk für sich haben, Nein, er wollte durch dieses Volk ein Segen für die ganze Menschheit geben. Und so lebte dieser Abraham in der Ferne, in der Fremde, in einem Land, das er nicht kannte, in Kanan als ein Nomade, in Zelten, obwohl schon längst die meisten Menschen in Häusern wohnten. Und er gab diese Verheißung an seine nächsten Generationen weiter. Er selbst glaubte felsenfest, dass was Gott versprochen hatte, er auch tun würde. Er glaubte an die alte Prophezeiung, die besagte, dass Gott Erlösung schenken würde. Die Bibel sagt uns, und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham machte Erfahrungen mit diesem Gott, vor allem auch deswegen, weil er dem Wort Gottes, das es damals noch nicht schriftlich gab, sondern mündlich übermittelt worden war und er auch selbst Gottes Stimme mehrmals gehört hat, weil er diesem Wort glaubte. Und diesen Glauben gab er, wie gesagt, den nächsten Generationen weiter. Sein Sohn Isaac zum Beispiel, empfing dann dieselbe Verheißung. Wir lesen 1. Mose 26. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels. Und ich will deinen Samen das ganze Land geben. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Gott wollte die ganze Menschheit mit seinem Evangelium erreichen. Und dazu berief er den Abraham und den Isaac und dann auch dessen Sohn Jakob, der ebenfalls dieselbe Verheißung erhielt, und zwar unter ganz besonderen Umständen. Er hatte gerade seinen blinden Vater Isaac betrogen, hatte gegen seinen Bruder damit auch gesündigt. Die ganzen Details kann man selbst nachlesen. In 1. Mose 27, eine bittere Familientragödie, die sich dort abspielte, mitten in dieser Familie der Verheißung. Und als er dann fliehen muss, weil sein Bruder ihn umbringen möchte, und er verlassen von Freunden und Familie des Nachts nichts mehr hat, als einen Stein, auf dem er liegen kann. Es heißt in 1. Mose 28, Vers 11, Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen, als er nichts mehr hatte. Als er den Eindruck hatte, dass er von Gott selbst verlassen worden ist. Als er den Eindruck hatte, dass seine Sünde ihn von Gott getrennt hat und es kein Zurück mehr geben könnte. Da offenbarte sich ihm dieser Gott, der schon zu Adam gekommen war und gesagt hatte, wo bist du? Und dem Adam die gute Nachricht gegeben hatte, dass es Hoffnung gibt für jeden, der das glaubt. Und im Traum, in jener Nacht, sah dieser Jakob ein Bild. Es heißt in 1. Mose 28, Vers 12, Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Ein simples Bild, aber genau das, was er in seiner tiefsten Not brauchte, da gab es eine Verbindung vom Himmel direkt zu ihm. Diese Leiter, die war nicht in weiter Entfernung. Er musste nicht erst 100 Meter laufen, um diese Leiter zu erreichen. Nein, der Himmel verbannt sich direkt mit ihm. Lieber Freund, liebe Freundin, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du dich ganz alleine fühlst, wo du denkst, du bist verlassen und niemand kümmert sich um dich. Vielleicht denkst du, dass der Himmel selbst dich verlassen hat, weil du zu schlecht bist. Wisse, dass der Himmel, dass Gott eine Verbindung zu dir schafft, und zwar genau dorthin, wo du gerade liegst, in deiner Verzweiflung, in deiner Not, in deiner Sünde. Die Leiter geht direkt zu dir dorthin, wo du gerade bist, wo du gerade liegst. Dort beginnt die Leiter. Und sie führt bis in den Himmel. Im Hebräischen stehen hier eigentlich Worte, die man auch übersetzen könnte, Stufen. Man muss also gar nicht unbedingt an eine Leiter denken, wie wir so Leitern aufstellen. Es könnte auch eine Art Stufenturm gemeint sein. So wie die alten Babylonier und Sumerastufentürme gebaut hatten. Etwas, was sich ja dann auch in Ägypten und auch später in Amerika durchgesetzt hat, diese Pyramiden. Aber im Gegensatz zu den menschlichen Stufentürmen, die zwar immer Richtung Himmel zeigen, aber nie mehr als ein paar Meter über den Erdboden kommen, ging diese Stufenleiter bis in den Himmel. Genau das, was der Götzendienst nie erreichen konnte, das hat Gott hier versprochen. Ich will mich mit dir verbinden. Ich kann dich zurückführen. Und so erhält auch Jakob in diesem Moment genau dieselbe Verheißung. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Nicht, weil er klüger war als die anderen. Nicht, weil er besser war oder gebildeter. Nein, weil er diesen Gott kannte aus eigener Erfahrung, weil dieser Gott sich ihm offenbart hatte, weil er diesem Gott glaubte. Diesen Glauben weiterzugeben, sollte ein Segen für alle Völker werden. Als dieser Jakob Jahrzehnte später alt und gebrechlich, kurz vor seinem Tod, seine zahlreichen Kinder in verschiedenen Situationen zusammenbrachte, um sie dort in Ägypten zu segnen, finden wir folgende interessante Aussage. Er sagt, Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gewandelt haben. Der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Was für ein Zeugnis. Er war schon weit über 100 Jahre alt und er konnte sagen, Gott hat mich jeden Tag behütet, seit ich bin. Und dann heißt es hier weiter, Der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, zu diesem Tag, der Engel, der mich erlöst hat, aus allem Bösen. Das erinnert uns an das, was wir gestern studiert haben. Der Engel des Herrn. Ein Begriff. Michael für den Sohn Gottes. Der nicht nur sich hatte ankündigen lassen, dass er irgendwann mal kommen würde, sondern der jetzt schon mit jedem einzelnen Gläubigen in diesen Epochen der Weltgeschichte mit jedem Einzelnen ging und ihnen half und sie erlöste von allem Bösen. Ja, der Jakob lebte mit diesem Sohn Gottes, genauso wie später Petrus und Johannes. Und wenn jemand schon Jahrhunderte vor dem Kommen Jesu mit Jesus leben kann, aufgrund der Verheißung des Wortes Gottes, dann kann auch heute jemand Jahrhunderte nach dem Kommen Jesu mit Jesus leben, aufgrund der Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Einige Zeit später oder im selben Zeitraum, in 1. Mose 49, ein Kapitel später, lesen wir, wie dieser Jakob dann die Vorherser gemacht. Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscher starb von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Aus dem Stamm Judah würde er kommen, der Schilo, der, der die Ruhe bringt. Und er würde wiederum für alle Völker ein Segen sein und alle Völker würden ihm gehorsam sein. Ein interessanter neuer Aspekt. Er war es ja, der sich dann im brennenden Dornbrusch offenbarte. Und wir werden heute hier nicht viel darüber sagen, was sich dann in dieser Zeit von Mose ereignet hat. Dazu werden wir besonders morgen und übermorgen sehr wichtige und spannende Themen haben und werden genau schauen, was wir dort noch an neuen Aspekten kennenlernen können über diesen Erlösungsplan, über Jesus in der Prophetie. Wir werden das heute beiseite lassen, weil wir morgen mit anderen Themen uns damit noch beschäftigen werden. Aber in dieser Zeit der Wüstenwanderung auf dem Weg ins gelobte Land gab es eine dieser großen Prophezeiungen, die die Weisen jetzt in Anspruch genommen hatten, nämlich Nämlich in 4. Mose 21, Vers 7 als der Biliam, der aus jener Gegend kam, aus dem Osten, jenseits vom Euphrat, auf einem Berg Folgendes sah, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. In ferner Zukunft sah er jemanden, ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ein König hat ein Zepter, ein Stern würde darauf hinweisen und als die Weisen Jahrhunderte später just in dieser Gegend im Nahen Osten diesen Stern sahen und diese Prophezeiungen kannten von diesem Biliam, der aus ihrer Gegend kam, da wussten sie, dass der König der Juden geboren worden war. Mose selbst hat am Ende seines Lebens vorhergesagt, dass jemand kommen würde, der die Erfüllung all dieser Prophezeiungen sein würde. Einen Propheten wie mich, sagt er, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören, ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast. Wenn du dich fragst, lieber Freund, liebe Freundin, was hat das auf sich, dieses ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, dann verpasse unter keinen Umständen den Donnerstagabend, da werden wir sehr genau und sehr interessante Dinge herausfinden, wenn wir sehr genau diese Geschichte uns anschauen, auf die sich der Mose hier bezieht. Gottes sagen, es heißt hier, ich will einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte, ich will ihnen, einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder wecken und meine Worte in seinen Mund legen. Er war vorhergesagt aufgrund des Wortes Gottes und er würde mit dem Wort Gottes in völliger Übereinstimmung sein. Ein wichtiger Punkt, den ich heute Abend sehr betonen möchte, es gibt viele Christen, die an einen Jesus Glauben, der irgendwie abgekoppelt ist von der Bibel und insbesondere vom Alten Testament, aber der Jesus, der uns in der Bibel entgegentritt, ist der, der auf der Grundlage des Alten Testamentes gewirkt und gesprochen hat und der das Wort Gottes, das zu seiner Zeit das Alte Testament war, in seinem Mund gehabt hat. Interessant ist, als Mose diese Vorhersage gibt, dass es einen Propheten geben wird, wie ihn, dann schließt später das Buch 5. Mose und vermutlich ein späterer Schreiber fügt dann hinzu, es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht Es gab noch viele Propheten, den Jeremia und den Jesaja, Hesekiel, Daniel, Elia, Elisa, viele von ihnen, aber keiner war so wie Mose, keiner kannte den Herrn von Angesicht zu Angesicht, Wir lesen weiter in Vers 11 in all den Zeichen und Wundern zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pfarrer und an allen seinen Knechten und an all seinem ganzen Land und all den gewaltigen Handlungen und all den großen furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel. Diese Erfahrung des Auszugs aus Ägypten, wir werden morgen und am übernächsten Abend mehr darüber sprechen, die machte diesen Mose so ganz besonders ein Typus, ein Bild auf den kommenden Erlöser. Wieder springen wir etliche Jahrhunderte nach vorne. 400 Jahre später gibt es einen Mann, der in Jerusalem jetzt als König regiert und er ist weltbekannt, sein Name ist David. Er hat aus eigener Erfahrung erlebt, wie dieser Gott ihm hilft und wie er ihn aus aller Not befreit hat. Er konnte sagen, der Herr ist mein Fels. Für ihn waren die Worte der damals schon existierenden Schrift des Alten Testamentes nicht nur leere Worte, er wusste ganz genau aus eigener Erfahrung, dieser Gott rettet. Und als er so von all seinen Feinden errettet war und Frieden hatte und sein Reich blühte das Heiligtum Gottes und wir werden noch mehr am Donnerstag darüber erfahren war immer noch in Zelten und er wollte einen richtigen soliden Bau realisieren, er wollte einen Tempel bauen, er wollte diesem Gott ein Haus bauen, er schlug diese Idee dem Nathan vor, der war erst ganz angetan, aber er hielt dann folgenden Hinweis von Gott. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen, der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Gott sagt, du willst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen, ich werde einen Nachkommen von dir erwecken. Der wird das Haus bauen, was du möchtest, aber mehr noch, dein Thron wird auf ewig bestehen, dein Königtum wird nicht aufhören. Nun, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, dass der direkte Sohn der Nachfolger von David Salomo gewesen ist und er baut auch tatsächlich den Tempel, aber Salomo war nicht die eigentliche Erfüllung dieser Vorhersage. Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Seit den Tagen Davids war klar, dass der Kommende nicht nur Ruhe bringen würde und nicht nur Segen und nicht nur die Worte Gottes als ein Prophet nein, er würde als König herrschen und das hat viele in Israel elektrisiert. Ein König, der auf Ewigkeit herrschen würde. Noch zur Zeit von Jesus war das das beherrschende Thema. Der kommende Erlöser wird ein König sein. Er wird die Corona die Krone tragen. Aber hätte man genau hingehört, was die Propheten im Laufe der Jahre sagten, hätte man feststellen können, dass diese Propheten auch sehr genau ausdrückten, was für eine Art von König er sein würde. Zum Beispiel Jeremia 23, Vers 5 Siehe es, kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Jeremia war viele Generationen nach David und Salomo. Damit wird deutlich, dass Salomo nicht die eigentliche Erfüllung dieser Prophezeiung an David gewesen war. Dieser gerechte Spross Davids, der würde noch kommen in den Tagen Jeremias. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Der kommende König würde auf der ganzen Welt Gerechtigkeit bringen und das Recht, das Gesetz Gottes präsentieren. Und deswegen würde sein Name sein. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen. Er wird die Rettung bringen und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Könige Israels oder Judas hat jemals diesen Königstitel getragen in den Zeiten des Alten Testamentes. Auch hier war eine Prophezeiung, die auf den eigentlichen Messias hinwies, der unsere Gerechtigkeit sein würde. Jeremia war nicht der Einzige, der von diesem kommenden König sprach und deutlich machen wollte, dass es sich dabei nicht um einen politischen König handelt, der einfach nur die Grenzen ein bisschen nach Norden oder Süden oder Osten erweitert oder einfach ein paar Feinde militärisch besiegt. Jesaja sprach schon einige Zeit vor Jeremia von diesem König. Er sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewig Vater, Friedefürst. Das sind nicht die Namen, die man einem gewöhnlichen sterblichen Menschen gibt. Hier deutet Jesaja an und es war kaum richtig verstanden worden, dass Gott selbst als König herrschen würde in seinem Volk. Der kommende König würde Gott selbst sein. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie Jesus sehr deutlich gesagt hat gegenüber seinen Zeitgenossen er Abraham war bin ich und sein Königtum würde nicht einfach nur ein zeitliches Königtum sein. Das war eine gewisse Zeit dieser Welt Geschichte ein bisschen Dominanz ausübt. Nein, in Vers 6 heißt es die Mehrung, das heißt das immer größer werden, der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Diese Herrschaft würde wachsen und wachsen bis in alle Ewigkeit. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Ein Königtum, das nicht auf militärischer Stärke basiert oder auf der Klugheit eines Kommandeurs, sondern das auf dem Recht selbst, auf dem Gesetz Gottes, auf seiner Gerechtigkeit basiert. Das kündigt Jesaja an. Interessant ist, wenn wir diesen Vers noch mal genau anschauen. In Jesaja 9 Vers 5 steht am Anfang dieses Wort denn. Immer wenn ein Bibelfers mit denn beginnt, lohnt es sich, etwas vorher zu schauen. Das ist die Begründung für etwas, das davorsteht. Nur wenige Verse vorher lesen wir in Vers 1 und 2 das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht, sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen, wenn also der Kampf gewonnen ist. Warum werden sie sich freuen? Und das können wir gedanklich mitdenken, denn ein Kind ist uns geboren. All das, was wir gerade gelesen haben in Vers 5 und 6. Weil dieser König geboren werden würde, würde ein Licht in der Finsternes strahlen. Aber was interessant ist, direkt im Vers vor, und dazu muss man wissen, dass die Kapiteleinteilungen erst viele, viele Jahrhunderte später gemacht worden sind, als eine Art praktische Hilfe. Das ist ganz wunderbar, man findet sich schnell in der Bibel zurecht, aber sie stammen nicht von den originalen Schreibern. Direkt vor Jesaja 9 Vers 1 und 2 finden wir auch ganz genau beschrieben, wo dieses Land des Todesschattens ist. In Jesaja 8 Vers 23 heißt es, doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naftali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Vieh nicht so gut auskennt, ganz schlüssig, aber das ist spektakulär. Denn wir können aufgrund der Angaben im Alten Testament das Land Sebulon und Naftali lokalisieren. Der Weg am See war ein bekannter Handelsweg, eine Handelsroute, die Ägypten mit Damaskus verbannt, eine Wirtschaftshauptschlagader, die mitten an einem See vorbeiging, den Hebräisch verhafen. Dieses Gebiet der Heiden wurde später im Sprachgebrauch des Neuen Testamentes Galiläa genannt, die Gegend am See Genezareth. Jahrhunderte vor dem Auftreten Jesu wurde vorhergesagt, dass genau dort, in dieser Gegend, wo sich Juden und Heiden mischten, wo schon sehr früh das Volk Israel die militärische Kontrolle verlor im Alten Testament, dass genau dort der Messias aufleuchten würde, der König nicht direkt in Jerusalem seine größte Wirkung entfalten würde, sondern in Galiläa. Jesaja war es aber auch, der den Menschen deutlich machen wollte, dass dieser König anders war, als sie erwarteten. Von ihm heißt es in Jesaja 53, er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Da gab es diese Prophezeiung, die die Menschen stolz machten, ein König würde kommen und er würde das Land so erfreuen und man würde jubeln, das war ganz toll, aber dann gab es diese Prophezeiung, die unangenehm waren, die wie einer von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Schon die Stimmen der Propheten im Alten Testament kündigten an, dieser Kommende Prophet, dieser Messias, dieser König würde gar nicht erkannt werden von vielen. Weiter heißt es in Vers 4 und 5, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir überhielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Errettung und die Erlösung, die sich alle wünschten, sollte keine Erlösung nur von irdischen Feinden sein, von äußerlichen Problemen, sondern eine Erlösung von der Missetat, eine Erlösung von der Sünde. Die Krone, die dieser König tragen würde, würde die Dornenkrone sein. Aber wie so oft, so wie es auch heute ist, man las vor allem das, was einem gefiel. Ein Phänomen, das es nicht nur zur Zeit des Alten und Neuen Testamentes gab. Auch heute kann man feststellen, dass viele Menschen die Bibel gerne lesen, solange die Bibelferse das bestätigen, was man ohnehin schon glaubte und wusste. Aber wenn dann Bibelferse etwas sagen, was der eigenen Meinung widerspricht, wenn Bibelferse das eigenen Leben, den eigenen Lebensstil kritisch hinterfragen, dann werden diese Bibelferse oft gerne zugeschlagen oder als uninspiriert abgetan oder als nicht mehr gültig. Dieses Problem führte dazu, dass die Menschen zur Zeit Jesu ihren Erlöser nicht erkannten, weil er anders kam, als sie dachten. Vielleicht gibt es heute viele Menschen, die inmitten dieser Krise, auch gerade dieser Corona-Krise irgendwie sich Hilfe erhoffen von Gott und sich einige Verse so nehmen, die vielleicht ihrer Meinung gut passen, aber die es verpassen, auch diese Verse anzunehmen und diese biblischen Wahrheiten anzunehmen, die sie vielleicht kritisieren und den Finger auf die Wunde legen. Aber genau das ist notwendig, damit wir auch Jesus wirklich erkennen, den wahren Jesus, den Jesus, der der Bibel entspricht. Wir alle gingen in die Irre, sagt Jesaja 53, wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr war auf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Und deswegen sagt Jesaja, dass dieser eine gute Botschaft verkündigen. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir. Es ist die Sprache des Gesalbten. Schon die alten Richter, noch bevor es Könige gab, waren immer vom Geist gesalbt, um Feinde zu besiegen. Aber den Feind, den dieser Gesalbte besiegen würde, wäre die Sünde, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Ja des Herrn. Jesus hat damals gute Botschaften gepredigt. Und wie wir am ersten Abend gesehen haben, Jesus möchte auch heute inmitten dieser Krise und in Krisen dieser Welt, inmitten dieser Zeit, in der überall die Welt Kopf zu stehen scheint, er möchte uns gute Nachrichten geben. Viele Menschen haben damals diese guten Nachrichten verpasst, weil sie so sehr auf die Probleme schauten, die die Römer mit sich brachten, dass sie verpassten, die Stimme der Propheten auf ihr eigenes Leben anzuwenden und zu sehen, dass Jesus genau die Erfüllung dieser Prophezeiung war. Wenn wir in dieser Krise die Orientierung nicht verlieren wollen, müssen wir unseren Kopf in dieses Buch stecken und lesen und annehmen, was es uns sagt, vom Geist geführt jenem Wort glauben. Es war auch Jesaja, der dieses spektakuläre Zeichen ankündigte. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt ist Gott, Immanuel ist mit uns und El ist Gott. Hier würde ein Kind geboren werden, dessen Vater buchstäblich Gott sein würde, denn er selbst war der Sohn Gottes, der Mensch werden würde. All das prophezeiten die Israeliten schon vor dem berühmten babylonischen Exil, von dem wir morgen noch ein bisschen hören werden. Als das Exil vorbei war, sie zurückkehrten, die Trümmer wieder aufbauten und sie sich entschieden, nie wieder etwas mit Götzendienst und anderen Völkern zu tun haben zu wollen, entwickelte sich leider eine Tendenz, dass man glaubte, der Messias würde allein für das Volk Israel kommen. So eine etwas nationalistisch gefärbte Interpretation der Prophezeiung machte sich breit. Und doch gab es gerade dann wieder Propheten, die darauf hinwiesen, dass der Messias nicht für eine Nation, nicht für eine Rasse, für einen Stamm oder für ein Volk kommen würde, nein, für die ganze Menschheit. Haggai, Kapitel 2, Vers 7 sagt, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus, gemeint ist der Tempel, mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Herrscher. Der zweite Tempel, der gebaut worden ist, nach dem babilischen Exil, war nicht so groß und schön wie der erste zunächst, aber Gott sagt, ich werde ihn füllen mit meiner Herrlichkeit, so auch ein anderer Prophet in jener Zeit, Malachi, ein Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Seit den Tagen von Adam, bis zu dem letzten Propheten des alten Testamentes, Malachi, reihen sich die Verheißungen auf den kommenden Erlöser, den kommenden König, den kommenden Ruhebringer, wie Perlen auf einer Schnur. Und dann gab es einige Jahrhunderte des Schweigens. Keine neuen Propheten standen mehr auf, aber das alte Testament hatte Verheißungen in Fülle, die sprachen die gesamte Zeit zu jedem, der im Glauben darauf vertraute. Für wahr, Psalm 40, Vers 8 hat Recht. Wenn es heißt, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, als der Sohn Gottes dann endlich tatsächlich buchstäblich ein Mensch wurde, ein Embryo, ein Zellhaufen, der sich abhängig machte, von der Nabelschnur einer einfachen Frau, dann war das tatsächlich buchstäblich die Erfüllung der Stimme der Propheten. Als er dort in der Krippe lag, in Bethlehem Ephrata, war das die buchstäbliche Erfüllung der Propheten. Als er dann beschnitten worden ist und zum Tempel gebracht worden ist nach etwa 40 Tagen, um dort dem Herrn als Erstgeborener der Maria geweiht zu werden, dann erfüllte sich die Prophezeiung, dass die Herrlichkeit des Herrn sich im Tempel offenbaren würde. Lukas 2, Vers 22 sagt, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm, ihn dem Herrn darzustellen. Da muss es einen Priester gegeben haben, der die Aufgabe hatte, immer die Neugeborenen dem Herrn zu weinen. Das bedeutete, man nahm das neugeborene Kind und hielt es im Tempel hoch zu Gott, gab es den Eltern wieder zurück und schrieb den Namen des Kindes ein. Vermutlich hat dieser Priester keine Ahnung gehabt, wen er dort in den Händen hielt. Der Erlöser der Welt war in seinen Händen, aber er füllte nur seine Pflicht aus und sah nichts Besonderes. Wer möchte, kann er Lukas 2 nachlesen, wie dann doch zwei Menschen in den Tempel kommen und dort erkennen, dass der Erlöser Israels sich dort offenbart in jenem Tempel. Zu dem dann Jesus etwas später mit zwölf Jahren, wie wir es vorhin in der Frage-Antwort-Zeit gesprochen haben, wieder kam und dort mit seinen Fragen und mit seinen Antworten die gesamten Theologen Israels erstaunt. Das heißt, und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte, hier war der König Israels, der Heilige des Volkes Israel, der ihr Schöpfer und Erlöser und er saß als zwölfjähriges Kind, als Zuhörer, hörte zu und stellte Fragen. Was für ein Bild von unserem Gott, der sich erniedrigt, der sich demütigt, der auf unsere Ebene kommt, um uns zu erreichen, wo wir sind. Wir haben schon davon gesprochen, wie Jesus den ersten Menschen, den ersten Jüngern dann bekannt gemacht worden ist. Einige Tage später, nachdem die allerersten auf den Hinweis von Johannes dem Täufer Jesus folgten, finden wir folgende interessante Begebenheit. Ein Mann namens Nathanael kommt zu Jesus und lernt ihn kennen. Und dann sagt Jesus folgendes zu ihm und er spricht zu ihm wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das war nichts anderes als ein direkter Hinweis auf die Geschichte von Jakob, der diese Leiter, diese Stufenleiter zum Himmel gesehen hatte. Jesus sagt, ich selbst bin diese Stufenleiter, ich verbinde den Himmel und die Erde, denn ich bin ganz Gott und ganz Mensch. Er war buchstäblich Immanuel mit uns ist Gott. Jede einzelne Prophezeiung, jedes einzelne Bild, jede Verheißung des Alten Testamentes mündete ein in dieses so spektakuläre Leben von Jesus und tatsächlich war sein Haupt Wirkungsgebiet nicht Judäa, sondern Galiläa, so wie es Jesaja Jahrhunderte vorher vorhergesagt hatte und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und teilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Seine Hauptaktivität war nicht dort, wo die größten Vorrechte waren, wo die Menschen besonders viel über die Bibel wussten, sondern dort, wo Menschen seit langer Zeit, seit Generationen ziemlicher Unwissenheit lebten. Er war ein König, nicht nur für die Gebildeten und die Privilegierten, er war ein König für die, die ihn am dringendsten brauchten und benötigten. Und so konnte er sagen, kommt her zu mir alle, die ihr müselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, denn nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, hat er nicht Jakob von dem Schilo Geweiß sagt, der der Ruhe bringt. Jesus sagt, ich bin es. Wir haben schon gesehen am ersten Abend, egal was uns belastet, heute im Jahre 2020, Jesus lebt und er kann uns Ruhe geben, er möchte uns Ruhe geben. Ich weiß, aus eigener Erfahrung, wenn wir unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Probleme ihm erzählen, dann ist das nicht nur einfach eine Selbsttäuschung, nein, dieser Jesus gibt wirklich echten Herzensfrieden, echte Ruhe und das haben die Propheten angekündigt. Matthäus 11, Vers 27 sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Erinnern wir uns daran, Moser hatte gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr senden, aber es gab keinen weiteren Propheten, der Gott so gut kannte, von Angesicht zu Angesicht. Jetzt war einer gekommen. Jesus war nicht nur wie Mose, der mit Gott Angesicht zu Angesicht sprach, nein, Jesus war Gottes Sohn, der seit Ewigkeiten Gott von Angesicht zu Angesicht gekannt hatte. Die Verheißung des Mose erfüllte sich buchstäblich im Leben von Jesus. Seine Aussagen im Neuen Testament, die oft zitiert werden und gerne unter Christen weiterverbreitet werden, versteht man eigentlich erst richtig, wenn man das alte Testament des Wort Gottes hinzunimmt. Jesus selbst hat nicht nur die Bibel, die er damals hatte, das alte Testament erfüllt, er war sich sicher, dass er, der obwohl er Gott war, weil er ja Mensch geworden war, es nötig hatte, täglich aus diesem alten Testament zu leben. In der Wüste, als er versucht worden ist, vom Satan sagt, er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Liebe Freunde, Freundinnen, jedes einzelne Wort Gottes ist wichtig. Und wenn Jesus aus dem alten Testament täglich las, weil er daraus lebte, sollten wir dann denken, dass wir als Christen das alte Testament nicht mehr brauchen, sollten wir dann denken, dass man ein Christ sein kann, ohne täglich sich mit der Bibel zu beschäftigen. Das Wort Gottes hat Kraft. Wenn es Jesus Kraft gab, dann auch uns. Und so lesen wir, was Jesus auch immer tat. Es war eine Erfüllung. Matthäus 2, Vers 17 als ein Beispiel. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremiah gesagt ist, der spricht. Und wenn Jesus gefragt worden ist über einen strittigen Punkt, dann hat er nicht einfach seine eigene Meinung gesagt. Er hat sich nicht etwas aus den Fingern gesogen. Er hat immer gesagt, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er war wirklich gekommen, um dem Wort Gottes Geltung zu verschaffen. Wenn jemand wirklich Jesus kennenlernen möchte, dann wird er sich mit diesem Buch der Bibel beschäftigen. Es gab natürlich viele Menschen, die ihn nicht annehmen wollten und bezweifelten, dass er wirklich der Gekommene, der Verheißene sei. Eines Tages sagte Jesus etwas ganz Spektakuläres und das schließt den Kreis für unser Thema. Er sagte, Abraham euer Vater frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Wir haben schon gesehen, wie Jesus gesagt hatte, er Abraham war, bin ich. Hier sagt er, dass Abraham das Evangelium, wie Jesus es lebte und Predigte verstanden hatte. Wovon spricht Jesus? Zum Abschluss heute Abend wollen wir uns diese letzte Geschichte anschauen, etwas ausführlicher. Abraham war schon ziemlich alt. Der Sohn der Verheißung Isaac war schon geboren worden. Eigentlich war alles gut in seinem Leben jetzt. Eines Abends, eines Nachts sprach Gott zu ihm. Und es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac. Und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Gott sagte nicht, nimm den Isaac. Er sagte, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Gott drückte, Gott spielte explizit auf die tiefen Vatergefühle des Abraham ab und sagte, nimm den Isaac und opf ihn als Brandopfer. Ein Brandopfer, das wurde getötet, ihm wurde die Haut abgezogen, wurde in Stücke geschnitten und dann zu Asche verbrannt. Ich glaube, niemand von uns kann sich auch nur ansatzweise vorstellen, was der Abraham in diesem Moment geführt hat. Und doch sagt die Bibel im nächsten Vers, einer der spektakulärsten Verse der ganzen Bibel, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Abraham war der Freund Gottes und obwohl er nicht wusste, warum Gott so etwas Grausames, Brutales, Menschen verachtnisförmig von ihm verlangte, wusste er, Gott ist mein Freund, er hat bisher nur das Beste für mich gewollt, ich weiß nicht, was er jetzt will, aber ich weiß, ich kann ihm vertrauen. So spaltet er das Holz selbst. Er delegiert es nicht an andere, er nimmt das in seine eigene Hand und geht mit zwei Knechten und seinem Sohn Isaac an diesen Ort, den Gott ihm zeigt. Am dritten Tag, drei Tage lang hat Abraham nicht gewusst, wie das alles ausgehen soll, aber am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne, ein Berg, ein Berg, der später in der Geschichte Israels noch überwältigende Bedeutung bekommen würde, aber das wusste Abraham in diesem Moment nicht. Alles, was er wusste, war, dass sein Freund, sein Erlöser, sein Gott von ihm verlangte, seinen eigenen Sohn, den er so sehr liebte, auf den er so lange gewartet hatte, der sein größter Schatz war, zu geben, und zwar ganz, und zwar scheinbar für immer, als Branddopfer. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, und man, es liegt an dem Atem, wenn man das liest, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Woher nahm der Abraham den Glauben, dass er mit Isaac wieder kommen würde, wenn er doch als Brandopfer verbrannt werden sollte? Abraham glaubte Gott und Gott hatte ihm verheißen, in deinem Samen sollen alle Völker gesegnet werden. Und mit dieser Verheißung, das hatte Gott im Laufe der Lebensgeschichte von Abraham sehr deutlich gemacht, war Isaac gemeint. Und Isaac hatte noch kein Kind. Und Gott hatte versprochen, in Isaac soll dir ein Samen berufen werden. In Isaac soll die ganze Welt gesegnet werden. Seine Nachkommen sollen die Vorfahren des Erlösers sein. So wusste Abraham, Isaac muss ein Kind bekommen. Er hat noch keins. Das heißt, wenn Gott es gesagt hat, dass er ein Kind bekommen wird und ich ihn jetzt hier heute zu Asche verbrennen muss, dann wird der Gott, der aus dem Staub einen Menschen macht, auch Isaac wieder zum Leben erwecken können. Das war der Glaube des Abrams, der das Wort Gottes für so zuverlässig hielt, dass selbst die extremsten Umstände und die extremsten Gefühle ihn nicht davon abhalten konnten, zu glauben, dass Gottes Wort das meint, was er sagt. So nahm er das gespaltete Holz, legte es auf den Isaac. Sein geliebter Sohn trug das Holz auf den Berg, dorthin, wo er sterben sollte. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander dort auf diesen Berg und dann zerreißt es einem fast das Herz. Wenn man liest in Vers 7, da sprach Isaac zu seinem Vater zu seinem und hier bin ich mein Sohn und er sprach sie hier ist Feuer und Holz wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Was hat wohl Gott der Vater gedacht als Isaac diese Frage stellt? Die Antwort von Abraham ist mein Sohn Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Sie gingen beide miteinander und sie kommen auf diesen Hügel an. Sie stehen dort auf dem Berg und Abraham beginnt dem Isaac zu eröffnen was Gott gesagt hat. Vers 9 heißt es und als sie an den Ort kamen den Gott ihm genannt hatte baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf da oben auf das Holz In der jüdischen Tradition wird diese Geschichte Akedah genannt Denn man vermutet so alt wie Abraham war und der Isaac muss wohl um die 20 Jahre gewesen sein er hat sich wohl freiwillig binden lassen Und an dieser Stelle lohnt es sich kurz inner zu halten So grausam wie diese Geschichte klingt und auf den ersten Moment möchte man sagen Gott warum lässt du so etwas zu lohnt es sich nachzudenken was wir hier sehen wir sehen einen Vater der bereit ist seinen einzigen Sohn für immer zu geben weil er Gott Gottes Freund ist und und sehen einen Sohn der bereit ist selbst sich binden zu lassen einen Sohn der das Holz zum Tötungsort selbst trägt und dann freiwillig sein Leben hingibt Abram und Gott waren Freunde und das was Freunde auszeichnet ist man kann mal wirklich seine tiefsten Gefühle mitteilen man kann mal sagen wie es einem geht ich glaube persönlich Gott der Vater wollte einmal sich mitteilen wie es ihm dabei geht seinen eingeborenen Sohn zu geben aus Liebe zu uns wir sehen wie wie schrecklich es sich anfühlt dass sein Vater seinen Sohn aus Liebe zu Gott geben möchte wie schrecklich muss es für den Vater sein aus Liebe zu dir und mir seinen eingeborenen Sohn der das freiwillig gerne tun geben zu müssen wie hat sich wohl Gott der Vater gefühlt als der kleine Jesus mit sechs und sieben Jahren seine Mutter Maria gefragt hat Mama von wem sprechen die Opfer im alten Testament von wem sprechen hier die Propheten von wem spricht Jesaja 53 Abraham war bereit seinen Sohn zu opfern und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer um seinen Sohn zu schlachten und er erhebt das Messer und alles was jetzt noch fehlt ist der Befehl vom Gehirn zu den Muskeln jetzt als plötzlich der Engel des Herrn der Sohn Gottes selbst der um den es hier symbolisch geht vom Himmel her zu ihm schrief und sprach Abraham Abraham stopp und er antwortete hier bin ich der Sohn Gottes der einmal wirklich sich ganz geben würde sagt du wie es sich anfühlt für meinen Vater und mich ich wollte nur dass du verstehst was für ein Opfer es ist dass wir bringen wie teuer du und alle Gläubigen erkauft werden er sprach lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts denn nun weiß ich dass du Gott fürchtest weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinen Willen was sagt die Bibel denn so hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sein ewiges Leben hat Abraham musste seinen Sohn nicht geben denn es hätte ja niemandem etwas geholfen stattdessen war ein Witter zu sehen ein Witter im Gebüsch es heißt im nächsten Vers erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe da war hinter ihm ein Witter der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hat und Abraham ging hin und nahm den Witter und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes hier lernt er noch einmal die Lektion dass nicht der Mensch sich selbst erlösen kann sondern dass es ein stellvertretendes Opfer braucht wie schon im Garten ihnen beigebracht worden war er hat gesagt Gott wird für ein Lamm sorgen aber hier war kein Lamm es war ein Witter da begreift er was er gerade erlebt hat was noch kommen würde und so sagt er und Abraham nannte den Ort nicht der Herr hat dafür gesorgt nein der Herr wird dafür sorgen Zukunft so dass man heute sagt auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen der Herr hatte an diesem Tag dem Abraham den Erlösungsplan erklärt Abraham hatte den Tag des Messias gesehen so wie Jesus sagt und er freute sich und dann sagt dieser Jesus dieser Sohn Gottes und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach ich habe bei mir selbst geschworen wir alle wissen wann man schwört man schwört wenn man die Wahrheit bestätigen möchte wenn man jeden Zweifel ausräumen möchte man schwört meistens bei Gericht auf die Wahrheit vielleicht man schwört bei etwas Höherem Gott hat nichts Höheres als sich selbst er muss bei sich selbst schwören er sagt ich habe bei mir selbst geschworen sprich daher weil du dies getan und deinen Sohn deinen einzigen nicht verschont hast darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand der Meeres und dein Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden das war Verheißung die er von Anfang an seiner Berufung bekommen hatte aber jetzt versteht er was der Inhalt der Sinn dieser Verheißung ist nicht einfach nur um ein Volk zu haben das klüger schöner oder besser als anderes nein um der ganzen Welt die Erlösung durch Jesus zu präsentieren das war der Inhalt aller Prophezeiung aller Verheißung im Alten Testament auf diesem Berg Moria stand später der Tempel Salomos auf dem die Opfer gebracht wurden die auf diesen Tempel die auf diesen Erlöser hinwiesen und als Johannes der Täufer am Jordan diese Worte sprach die wir am ersten Abend gehört haben nämlich siehe das Lamm Gottes dann war das ein direkter Bezug ein direkter Bezug auf 1. Mose 22 weil dort war ein Witter aber hier in Jesus war das wahre Lamm Gottes er würde für mich und für dich sterben er hat am Kreuz unsere Schuld bezahlt er hat durch seinen Tod all die Vorhersagen des Alten Testamentes erfüllt die von der ersten Seite an bis zur letzten Malachi das Evangelium zum Kern haben heute gibt es viele Menschen die glauben im Alten Testament gehe es um Gesetze und im Neuen um das Evangelium so ein Quatsch im Alten Testament wird das Evangelium prophezeit oder im Neuen Testament haben wir die Erfüllung genau dieses Evangeliums das im Alten Testament angekündigt wird als Jesus starb waren seine Jünger verzweifelt denn wie die meisten anderen in ihrer Zeit kannten sie zwar die Schriften der Propheten aber sie verstanden nicht genau das was wir gerade gesagt haben sie warteten immer auf den irdischen König der die Römer vertreibt und so waren sie niedergeschlagen und niedergedrückt und zwei von ihnen gingen kurz nach der Kreuzigung und den Ereignissen dann auf dem Weg nach Hause nach Emmaus als plötzlich ihnen Jesus erscheint und Jesus stand ganz nahe bei ihnen aber sie erkannten ihn nicht so wie der Priester der den Sohn Gottes in den Händen hielt nicht erkannte sie erkannten ihn nicht sie gingen mit ihm bis Jesus zu ihnen folgendes sprach er sprach zu ihnen oh ihr unverständigen wie ist doch euer herz träge zu glauben an alles was die propheten geredet haben das alte testament musste nicht der christus dies erleiden und in seine herrlichkeit eingehen und dann heißt es und er begann bei mose und bei allen propheten und legt ihnen allen schriften aus was sich auf ihn betit euch wäre so gern an diesem Tag Könige Richter Samuel nimmt und zeigt wie sich all die geschichten die prophezeiungen die verheißungen die bilder die typen alles auf ihn sich bezieht könnte es sein dass unsere augen für die verheißung gottes auch für unsere zeit so gebunden sind wie damals bei den jüngern jesu ist an der zeit dass wir uns mit dem wort gottes beschäftigen denn dann werden wir begeistert sein das als er mit uns redete auf dem weg und als er uns die schriften öffnete wenn wir jesus in der bibel sehen dann brennt unser herz ich kann das aus eigener erfahrung sagen das spannendste was ich in meinem glaubensleben erleben kann mit das spannendste ist wenn ich sehe wie das evangelium von jesus auf jeder seite der bibel sich zeigt in verschieden facetten lerne jesus durch die bibel kennen und du wirst einen festen grund unter deinen füßen haben die bibel ist für dich und für mich mit diesem vers wollen wir heute schließen jesus sagt wer an mich glaubt wie die schrift gesagt hat aus seinem leib werden ströme lebendigen wassers fließen möchtest du jesus kennenlernen auf der grundlage des alten testament dann liest die bibel und vergleiche sie mit hilfe dabei brauchen möchtest dann möchte ich dir heute ein buch empfehlen der sieg der liebe ist ein buch das ihr ebenfalls kostenlos bestellen könnt auf der seite www.bibel-prophetie.ch das das gesamte leben von jesus in einer schönheit und einer tiefe beschreibt wie ich es in keinem anderen buch jemals gefunden habe und immer wieder auf der grundlage des alten testament zeigt wie die bezüge zwischen den geschichten im evangelium und den alttestamentlichen schriften ein ganzes harmonisches ganzes bilden seid so gut und geht auf die seite sucht nach diesem buch fordert es an es ist kostenlos wie auch die beiden anderen bücher die wir an den ersten beiden abenden an geboten haben aber am allerwichtigsten ist dass wir dieses buch hier dieses buch persönlich studieren dass wir nicht nur wahrheiten annehmen sondern tatsächlich jesus darin entdecken unseren meinen deinen persönlichen erlöser es ist dein wunsch jesus besser kennenzulernen durch das wort gottes durch die bibel durch die schriften der propheten im alten und im neuen testament gott segne dich in deiner entscheidung lass uns auch gemeinsam beten bevor wir dann zu den fragen kommen lieber vater im himmel wir möchten dir von ganzem herzen dank sagen dass auf jeder seite der bibel im alten und im neuen testament dasselbe evangelium gepredigt wird durch die unterschiedlichsten bilder die unterschiedlichsten prophezeiungen können wir sehen wie du bist das ist ein harmonisches ganzes und dafür danken wir dir wir möchten dich bitten dass du deine verheißung wahr machst dass dein wort das wir lesen nicht leer zurückkehren wird sondern ausführen wird wozu du es gesandt hast und dafür danken wir dir im namen jesu amen